Alles bewegt sich. Nichts hält die Zeit auf. Es ist alles so schnell geworden. Und niemand kann etwas dagegen tun. Die Menschen sind stumpf geworden. Niemand kennt mehr die Bedeutung des Wortes Menschlichkeit. Und nach einiger Zeit wird man müde. Müde, immer mit dem Strom zu schwimmen. Und dort liegt die Gefahr. Dort liegt das Grauen. Wie gesagt, es soll dies sein? Das war's für heute. Heute sprechen wir über eine sich stark verändernde Abartigkeit der modernen Zeit und diese nennen wir Anderssein. Also, was wissen wir über das Anderssein? Anders ist jemand, der sich physisch und psychisch von der breiten Masse unterscheidet. Das Graue. Und jetzt sind wir Beispiele für Menschen, die anders sind. Menschen, die gegen Gesellschaft und Staat rebellieren. Sag die Antworten einfach in den Raum. Schwule und Lesben. Leute, die zu oft denken und nur mit sich selbst beschäftigt sind. Wir. Was hast du gesagt? Ich sage, wir sind die, die anders sind. Wie meinst du das? Ich will damit sagen, dass niemand gesagt hat, dass wir normal sind. Natürlich sind wir normal. Obwohl ich nicht weiß, was mit dir ist. Aber für die, die anders sind, sind wir die, die anders sind. Auch Menschen, die anders sind, halten sich für normal und uns für anders. Jetzt reicht es aber. Geh und melde dich bei der Schulleitung. Und beim nächsten Mal denkst du erst mal nach, bevor du frei denkst. Das Grauen. Die Menschen sind stumpf geworden. Niemand kennt mehr die Bedeutung des Wortes Menschlichkeit. Das Grauen. 0はいar noch damals. 0- Bewusstsein. 2018 более 70 Ses. bi. focal.